Ich würde sagen, wir starten noch mit dem Level. Ähm, Schwierigkeit 5. Ist das aber ernst? Ödland der Giganten? Ernsthaft? 12.000 Infizierte? Ernsthaft? Wir machen erst mal die Oase und dann gehen wir hier lang. Wir machen erst die Stufe 3. Also in Sandwood in der großen Wüste befindet sich ein himmlischer Ort. Eine Oase wird von einer unterirdischen Wasserquelle versorgt. Dieser Ort ist perfekt für eine blühende Kolonie. Welche eine ideale Verbindung zu den Kolonien im Süden darstellt. Zudem gibt es in der Region keine Schwärme, die wir uns in der nächsten Zeit Gedanken machen müssen. Allerdings ist diese Ruhe in diesen verfluchten Ländern nicht von dauernd. Unsere Kundschaft haben in weiter Ferne einen Schwarm entdeckt, welcher in etwa einem Monat die Kolonie erreichen wird. Bauern eine starke Verteilung auf, damit du den Problem entgegentreten kannst. Ah! Bitte was? Roller nebenfolger 2600? Ist das euer Ernst? Das ist nur Stufe 3? Wirklich? Das wird was? Legen wir das hin? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Alter Schwede. Alter Schwede, ey. Die Bäume sind voll cool teilweise. Okay, was heißt denn das jetzt, es gibt keine Schwärme, aber es kommt ein großer Schwamm? Heißt das jetzt, es gibt hier keine Zombies? Okay. Und es kommt nur ein Endschwamm? Sehe ich das jetzt richtig? Ja, bewegt sich nicht. Krass Scheiße. Und an Tag 60 kommt ein riesen Schwarm von allen Seiten. Oh Gott. Oh Gott. Alleine noch 15 Tage Zeit. Alter Schwede. Okay. Was ist das? Holz? Sind Kaktüsse Holz? Kakteen meine ich natürlich, nicht Kaktüsse. Ich hab ein. Ja. Was ist das? Das ist das. Was ist das? Ich hab jetzt von dir auf. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Map ist halt tierisch offen, also da müssen wir halt extrem viele Mauern ziehen und alles, alter Schwede. So, jetzt. Wie ist das jetzt hier? Das ist Holz. Ha, sehr geil. Okay, hier haben wir Wald. Oh, ich hasse sowas wie zu Riesenschwärme. Ich bin immer gespannt, wie das wird. Also vier Ressourcen haben wir jetzt auch nicht so gut. Ach, das ist quasi das, was ich frei habe. Cool. Okay, gut zu lösen, wie das so funktioniert. Das ist lustig. Okay. Immerhin alles aufhorcht. Okay. Anfangs zieht sich es wieder ein wenig, natürlich. Jetzt überlege ich gerade, das ist eigentlich... Ja, voll langweilig, hier müssen wir uns hinzugucken, ne? Ähm, ich glaube, ich würde hier wieder überspringen, wenn wir Schmack gemacht haben. Bis kurz bevor der Schwarm kommt, weil... Das ist doch sonst voll öde, um zu klauen. Da sehe ich das falsch. Ich glaube nicht. Ähm, ja, das ist jetzt wirklich öde, glaube ich. Ähm, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn... Kurz bevor der Schwarm kommt. Gleich, drück den Daumen. Okay. Da bin ich zurück. Ähm, wir haben noch sechs Tage. Es sieht jetzt folgendermaßen aus, also man sieht es hier auf der Map, ich habe einmal rundherum. Ich habe hier ein Gebäudekomplex mit Markt, mit Bank, mit Gasthaus für Söldner. Da... Ich hätte es mir ganz anders vorgestellt. Da kann man halt ab und zu, äh, Veteran-Sölder hatten, die man dann kaufen kann. Ja. Aber es soll anscheinend auch hier Geldeinkommen erhöhen, also von daher. Hier ist das zweite Dingenskomplex. Genau. Dann habe ich überall eine doppelte Steinmauer mit Pfählen. Und zur Absicherung nochmal eine einfache Steinmauer, falls sie durchbrechen. Überall Ballisten und die Dinger. Keine Ahnung, und so, und so, und die Soldaten. Was ich gebaut habe... Das war so anstrengend. Thanatos. Raketenwerfer. Die Flächenschadenverursachen, weil ich gemerkt habe, wenn da jetzt eine große Menge kommt, ich habe keinen Turm, nichts, was irgendwie auf eine Menge von Infizierten geht, sondern immer nur auf Einzelne schießt. Wir müssen da beim nächsten Mal echt gucken, dass wir uns da eine Technologie lernen, die ein bisschen Flächenschaden macht. Genau, deshalb habe ich jetzt überall einen so einen Thanatos stehen. Das war ein Act, ich sag's euch. Und ich musste zuerst... ...da mit dem Steinmetzgarten lernen. Mit dem Steinmetz musste ich dann die Kisterei lernen. Dann konnte ich hier... Moment, wo ist meine Ölplattform? Mein Öl. Irgendwo hier ist Öl. Ich seh's nur gerade. Da. Eine Ölplattform bauen. Dadurch... Dann konnte ich noch... Ich glaube in der Gießerei... ...den Ingenieurzentrum lernen. Und in dem Ingenieurzentrum kann ich dann erst diese Leute ausbilden. Also Schwede. Ähm... Die, das sind Flammenwerfer, die schießen aber nicht durch die Mauern. Deshalb habe ich nur einen mal hier hingestellt. Und einen Stein. Ich hoffe das funktioniert. Ich würde ja nämlich gerne mal sehen, was der so macht. Der ist vielleicht nicht so geschickt, wenn wir den nebenhin stellen. Und ansonsten halt überall die, 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 die Thanatos. Die nicht in Tür... Die übrigens nicht in die Türme können. Die müssen stehen bleiben. Genau. Dann habe ich das so gemacht mit den Produktiongebäuden. Ich habe... ...so ein Lagerhaus immer gemacht, weil die die Produktion steigern. Da egal. Und 20 Prozent. Und weniger Goldkosten. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Jetzt habe ich einmal hier und einmal hier. Und dann... Da wird sie die Farben deutlich besser. Genau. Und ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Und Geld übrig. Und gerade bin ich mir echt unschlüssig. Ob ich jetzt lieber Mauern verstecke, ob ich lieber Wespen baue. Ob ich Ballisten baue. Ich finde es gerade sowieso schwierig. Weil man halt keine Ahnung hat, wie, wie es so abgeht, ne? Also ich bin echt mal gespannt. Und so nicht, ob das gut klappt oder ob man da richtig Probleme kriegen werden. Ich kann es echt nicht einschätzen. Aber wir müssen ja nicht mehr lange machen. Da muss ich es. Ah. Mal machen jetzt noch hier auf jeden Fall Mauern aufwerten zu Steinmauern. Ähm. Da ist keine Ahnung. Da ist keine Ahnung. Da ist keine Ahnung. Da ist keine Ahnung. Auf jeden Fall noch Leute produzieren. Ich weiß nicht, wo es abgehen wird. Ich weiß nicht, ob das ist. Genau. Das sind hier die Veteranen. Die habe ich quasi aus diesem Gasthof gekriegt. Schweineteuer. Schweineteuer. 6. Not. Person Mille. Aber ja. Könnte nötig werden. Also die Möglichkeit ist natürlich noch, wenn ich sehe, wenn sie durchbrechen, dass ich noch eine Mauer einziehe. Oder halt noch Pfähle hier zwischen reinmach. Da müssen wir mal gucken. Oder den Wespen ist halt auf jeden Fall, dass die nicht überrannt werden. Außer aus denen kommen halt keine Zombies raus, wenn die infiziert werden. Das finde ich halt echt geil bei den Dingern. Aber ich habe halt nicht viel Eisen. Das ist ein bisschen ein Problem. Tschüss. Hier rein. Oh Mann ey, bin ich gespannt. Also dieses hier werde ich abreißen sobald sie kommen. Definitiv. Ich sehe gerade, ob ich da noch mal einen Maun davor setze. Das wäre eigentlich vielleicht auch ganz nice, oder? Dann werden die da so verlangsamt. Die Ballisten können nämlich schon schießen von der Reichweite her. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Mal einfach ein paar Schrott reinlassen. Weil ich gerade mit dem, glaube ich, einfach so Holzpfähle. Die sollen ja nur ein bisschen verlangsamt werden. Die sollen ja nicht wirklich viel auffallen. Ja, hier ist ja lustig. Einfach nur so ein Mengenmaß hin. Ja, ein paar Stellen offen lassen, dann kommen immer nur so ein paar durch auf einmal. Kann natürlich jetzt auch Ressourcenverschwendung sein, aber mein Gott. Da hatte ich genug. Juhu. So, jetzt sind neue Soldaten angekommen. Und zwar ist das dann hier quasi so, ja, ganz geil, wenn du Gold übrig hast, ne? Finde ich, also. Echt nicht schlecht. Ich weiß echt nur nicht. Wo wir am ärgsten angegriffen werden. Ich habe keine Ahnung. Ich würde es mal hier runderstellen, glaube ich. Ich würde es mal hier runderstellen, glaube ich. So, wir haben Eisen übrig. Das heißt, ich baue Wäspe. Um aushalten. So. Mein Eisen ist auch schon leer. Es ist echt heftig. Es ist echt heftig. Ich brauche nur wieder Mühlen. So viele Mühlen schon, ey. Okay. Brauchen wir wieder Leute? Dass wir mehr Energie haben. Geht's gleich los. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Wer hätte es gedacht? Hab ich gar nicht mitgerechnet. Scheiße. Ich bin gespannt auf den Tanaros und den Lucifer. Ich bin wirklich mega gespannt. Wie der so reinhauen wird. Wir stehen jetzt noch irgendwoher. Okay. Da haben wir Angst schon mal die Farben. Aber müsste eigentlich alles... Das wird schon werden. Das wird schon werden. Ich spare jetzt mal kurz Ressourcen. Oh nein! Da rein? Immer nach produzieren, immer nach produzieren. Gar keine Leute mehr. Das ist ein bisschen politisch. Habe ich noch Hütten? Ne, ne? Da habe ich alle aufgewardet. Ich will es eigentlich auch keine mehr bauen. Ich weiß nicht, ob ich noch Mauern einziehen muss. Ich weiß es echt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Die kommen nicht nur von gerade. Die kommen nicht nur von gerade. So? Ja, die kommen von überall. Ach, ich habe ja einen abgerissen. Ich bin da doof manchmal, ne? So wie zum Thema. Ich reiße es da ab, wenn sie kommen. Ja, okay, der Thanatos ist schon geil, aber... Guck mal, was da abgeht, Thanatos, bitte. Die müssen wir oben platzieren. Ähm... Da arbeitet Thanatos ganz gut. Und... Die hier würde ich fast sagen, gehen hier hin. Kommen sie jetzt erst... Da kommen echt viele. Äh... Ja, da würde Thanatos schon richtig arbeiten. Der wird wahrscheinlich halt keine Chance jetzt haben erstmal. Wow, sind die da schon... Warte, bis es so hoch geht. Noch einfach eine Mauer. Das ist natürlich auch clever... ...gemacht, ne? Jetzt macht mir gerade böse Sorge hier. Jetzt macht mir gerade böse Sorge hier. Oh, echt viele, ne? Das sind echt viele. Da geht's auch gut. Da geht's gut. Da geht's gut. Da geht's gut. Sieht auch gut aus. Da sieht's ganz gut aus. Außer hier unten. Das quält mir nicht so ganz. Das hab ich erstmal laufen lassen. Da hab ich ein bisschen Sorge hier. Da muss ich diese Thanatos mal kurz reinhauen. Okay, die Thanatos sind schon nicht schlecht. Die Hose verbringt mir natürlich nichts, ne? Und doch, wenn's macht er Feuer. Wow. Okay, also hier sieht's echt gut aus. Hier sieht's richtig nicht so schön aus. Da legt Lucifer los. Sieht gut aus. Eieiei, wie viele sind denn hier? Mir gefällt's zumindest auch nicht so gut gerade. Oh, kein Eis mehr. Was? Alter, was? Was? Da sieht's gut aus eigentlich überall, ne? Auch gut aus. Sieht auch gut aus. Hier wird's auch weniger. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier ist jetzt so schön. In grunde ist es aber gar nicht so schlecht, wieviel ich gesagt. Was ist das? So, okay. Wir sind durch. Wir sind durch hier. Wir sind hier fertig. Okay, ähm, folgendes. Ihr müsst jetzt gucken, dass ihr schnell wie möglich hier hochrennt. Ich hoffe, wir sind dann wirklich durch. Warum ist das halt direkt an unserem Wohngebiet, ne? Das ist halt scheiße. Da kommen noch ein paar, das müsst ihr hinkriegen. Aber ich hab mich ja stehen lassen. Ihr seid auch fertig. Hier oben sind wir auch hier. Auch alles durch. Ohne Angst an den Häuser. Aber eigentlich müsste das alles ganz gut klappen. Und hat nur das hier gerade überhaupt gar nicht. Of course, come on, Commander. Of course, come on, Commander. Of course, come on, Commander. Aber hier oben ist okay. Anders nachher. Ja, alles gut. Ist alles. Ja, alles gut. Haus, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Ja, Haus, wir haben's, wir haben's. Geil. Es kommt ja jetzt auch nichts mehr, ne? Das sehe ich schon richtig. Jetzt geht es quasi an. Das Abreißen, damit ich genug Materialien habe. Wir müssen Farmen bauen. Wir können theoretisch auch unsere ganzen Einheiten dann lassen. Das ist so schön, glaube ich, ne? Lassen. Das war was, ey. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, gerade ist das Scheiße. In den Komplettät. Ach, Energie. Iiii, da können wir aber über die Ballisten jetzt nicht fest. Oh ne, geht's weg. Hier sind ja alle! Ups, hier noch Müll. Ich komm da drum rum. Ja, ich komm da drüben. Ja, ich komm da drüben. Cool Blut Ashes to ashes Aber nur Einzelwahn, das ist mir ja schon da zu doof Aber ich hatte keine Ahnung Scheiß Stein gerade immer ein bisschen doof Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Die Holzfäuser hätte ich eigentlich gleich bauen können Ich hätte die Hüten bauen müssen, aber egal Was drauf Ich habe keine Ahnung mehr Wie war das gerade mit, ich brauche keine Ahnung Ready and ready Ready and ready Shhh I'm hung over Let me crush some skulls On your orders What? Ja, ich habe dich entlassen Das ist ja... Kann ich nur Wie kann ich das nur tun? Ah Die sind doch alle weg hier Deine übrig? Moment Oh Ach Auf Wiedersehen. Schaff's. 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 Schock's. Schaff's. entlassen. Stehen denn eigentlich noch so viele Leute rum? Ah, hier. Ja, das... War schon intelligent jetzt gerade. Aber es ist egal, weil wir haben es gleich. Wir haben es. Mit dem nächsten Zug haben wir es. Alles gut. Jetzt noch die Energie ausgeht hier. Oh, das hat 65 Energie. Ich klein mal so. Voll geil. Voll geil. Waren wir echt nicht sicher, ob wir es hinkriegen, ne? In wo steht noch? Ja, im Endeffekt muss ich gerade noch mal warten. Das reicht auf jeden Fall, was ich hier hab. Im nächsten Zug ist es geschafft. Scheiß, den Augen. Einfach mal entlassen. Ja. Ja. Geschafft auf Anhiebinner. Ach, geil. Warte, jetzt geht's weiter.